Feiern im nächsten Jahr das 75. Jubiläum dieses Grundgesetzes. Ich wünsche mir ein neues Bewusstsein. Das Bewusstsein dafür, dass wir diese Grundrechte verteidigen müssen. Gegen einen übertriebenen Sicherheitswahn. Gegen Rassismus, gegen Nationalismus und gegebenenfalls auch gegen Corona. Wenn die Notmaßnahmen vorbei sind, ist ja nicht das Denken vorbei, das hinter diesen Notmaßnahmen stand. Und ich meine schon, dass nach diesen drei Jahren ein Aufarbeiten beginnt. Dass man sich fragt, was war gut, was war falsch. Dass ein großer Lernprozess beginnt. Die Debatte ist abgelöst worden und manchmal habe ich den Eindruck, die Debatte über den Ukraine-Krieg, dass sie gelegen kam, wäre ganz falsch. Aber man hat gesagt, wir haben jetzt keine Zeit mehr, diese Dinge zu diskutieren. Wir müssen uns ganz neuen, großen, wichtigen, furchtbaren Problemen zuwenden. Jetzt bleibt die Aufarbeitung dieser Grundrechtseingriffe auf der Strecke. Es waren die größten Grundrechtseingriffe, die das Land seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt hat.